Ja, hallo und willkommen hier zur 32. Folge Supremacy 1914 mit Südafrika auf der 100er Karte. Wir haben es Tag Nummer 59 und wir stehen auf Platz 1 mit 530 Siegpunkten. Ja, theoretisch die Hälfte der Punkte, die wir für einen Solosieg brauchen, den planen wir aber immer noch nicht. Also ich bin da auch noch nicht so ganz von überzeugt. Es würde sicherlich Sinn machen, wir würden das wahrscheinlich auch schaffen, wenn wir jetzt hier das alles einnehmen. Ähm, aber ich muss sagen, das will ich nicht. Ähm, euch ist aber sicher gerade aufgefallen, dass wir nicht mehr in unserer Koalition sind. Und das hat einfach den Grund, dass da sich einfach tagelang jetzt nichts weiter getan hat. Ich habe mich da ja in den letzten Folgen schon relativ viel drüber aufgeregt. Ich will da jetzt auch nicht zu viel nochmal drauf eingehen. Ähm, Fakt ist, wir haben die Koalition verlassen. Und wir werden höchstwahrscheinlich den Amerikanern beitreten, die jetzt gerade dabei sind, ihren alten Airline, ähm, Kolumbien einzunehmen. Ich hab's, hab mir die Entscheidung echt nicht schwer gemacht, aber ich musste sie jetzt einfach treffen, weil es ist, es hätte die Runde einfach nur an die Länge gezogen. Also der Einzige, der hier noch wirklich effektiv, äh, aktiv ist, ist Jakuzien. Der hat jetzt die Koalition auch verlassen. Ich bin mir allerdings jetzt nicht so sicher, ob er jetzt auch Mexiko beitritt. Ich hatte ihm das geschrieben, dass ich mir das sehr wünschen würde, dass als, äh, für ihn, also, ja, dass er mit uns mitkommt, als einziger noch wirklich aktiver Spieler. Ähm, Sibirien macht hier auch ein bisschen was, aber das ist nicht wirklich viel, also das kann man nicht wirklich als aktives Spielen betiteln. Ähm, deswegen, ja, ähm, hab ich Sibirien jetzt mal, nehme ich Sibirien da jetzt mal außen vor. Es würde auch nicht passen, also, Mexiko besteht jetzt aus drei Spielern, also, beziehungsweise die Koalition von Mexiko, ähm, mit mir und Jakuzien wären es dann fünf, also die Koalition wäre dann voll. Wenn wir jetzt mit unseren 500 Punkten noch dazukommen, hätten wir knapp 1050 Punkte, ähm, ja, ich hoffe sehr, dass Jakuzien noch beitritt, der Koalition, weil dann hätten wir auf jeden Fall schon deutlich mehr Jakuzien. Wie viele Punkte haben die denn? Äh, 180, glaube ich, dann wären wir zumindest schon mal bei 1300 und roundabout. Und wenn wir das hier noch einnehmen, wir 1400, alles mit Hauptschilden moralisieren, dann würden wir die 1500 wahrscheinlich packen. Ich werde die auch möglichst erst zum Schluss hier einnehmen, also ich noch lange warten bis zur Einnahme der Hauptschilden, einfach weil alles andere nicht wirklich Sinn macht, äh, und so können wir dann halt einfach warten und nehmen das dann ein, sobald die ganze Geschichte passt. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel zu berichten, also wir ziehen jetzt hier weiter unser Ding durch, ich baue auch weiterhin Truppen, wir sind hier fleißig dabei, unsere Armeen aufzubauen, unsere Gebiete zu verbessern, auszubauen. Also es ist hier wirklich ordentlich Bewegung in der ganzen Geschichte drin, wir werden immer weiter, wir rücken immer weiter vor. Ich bringe immer mehr Truppen auch an die Front, ähm, man sieht es auch mittlerweile, muss man sagen, schon an meinen Nahrungsmittelverbräuchen. Also wir müssen hier bald wahrscheinlich Kasernen deaktivieren, um dann nicht irgendwie ressourcentechnisch noch in, noch in Probleme zu kommen. Wir haben mittlerweile auch einen Moralmalus von minus 19, also wir nähern uns mittlerweile dem Maximalwert ziemlich stark an. Uns gehört ja auch wirklich ein Großteil der Provinzen, muss man ja sagen, wir haben fast doppelt so viele wie Mexiko, also das ist, äh, sehr stark auf jeden Fall. Und ich glaube, wir sind theoretisch jetzt auch größer als die ganze Koalition hier drumherum. Wir können ja mal gucken, die haben Provinzen 261, ja, heißt wir haben knapp 50 Provinzen mehr als die. Äh, ja, man könnte natürlich auf ein Solosieg gehen, belohnungstechnisch würde es auch Sinn machen, da ich aber an der ganzen Geschichte jetzt eigentlich in der Runde kein Interesse hatte. Und ich eigentlich nur möchte, dass die Runde jetzt hier schnellstmöglich endet, ähm, weil jetzt auch die nächsten Tage wahrscheinlich ein neues Projekt starten wird, ähm, wäre ich da jetzt eigentlich, also bin ich dem Solosieg eigentlich abgeneigt und hab den jetzt auch komplett verworfen. Also solange Mexiko und Koalition nicht auf K gehen, werde ich keinen Solosieg anpeilen. Ich denke, das ist okay, ich denke, dass mit, ähm, sind wir da wenigstens noch so ein bisschen fair, wir verraten unsere alten Airlines definitiv nicht. Also das hab ich denen auch geschrieben, kommt es zu keinem Angriff von denen, wird es zu keinem Angriff von mir kommen. Und das möchte ich dann einfach nicht machen. Die waren mir jetzt die ganze Zeit über treu, zumindest, haben zwar nichts gemacht, haben aber auch keinen, keinen Verrat begangen und da ähnliches. Von daher würde ich, ähm, ja, würde ich von dem Verrat auch absehen. Ähm, ja, ansonsten würde ich auch fast sagen, würde jetzt auch, oder würde ich jetzt die nächsten Tage dann wahrscheinlich erstmal keine Folgen hier mehr aufnehmen, weil ich könnte euch jetzt natürlich zeigen, wie ich jeden Tag hier die KIs einnehme, aber ich gehe mal fest davon aus, dass das für euch jetzt auch nicht so spannend ist. Von daher würde ich, glaube ich, mich jetzt erstmal darauf beschränken, hier weiterhin einzunehmen und wir sehen uns dann, falls nochmal irgendwie was Unvorhergesehenes passiert, nochmal wieder. Oder dann halt mit der Abschlussfolge, wenn wir das ganze Ding hier gewonnen haben. Wenn es jetzt sehr lange dauern würde, dann mache ich nochmal zwischendrin eine Folge. Ich hoffe aber, ähm, dass das jetzt in drei, vier Tagen erledigt ist, der ganze, ganze Spaß. Ich glaube es zwar fast nicht, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und wenn wir jetzt hier mit unseren Armeen immer gut vorrücken, ähm, dann sollte das auf jeden Fall theoretisch möglich sein, hier recht viel einzunehmen, auch hier recht schnell viel einzunehmen. Wir werden auch unsere Armeen nochmal ein bisschen aufspalten. Ja, ich muss auch sagen, ich nehme jetzt auch keine Rücksicht mehr auf Verluste. Ich renne einfach rein. Ähm, die Armeen haben den Befehl einfach quasi durchzuziehen. Und nur dafür zu sorgen, dass jetzt hier quasi die ganze Geschichte läuft. So, dann da bitte noch hin. Du da noch hin. Dann kannst du, äh, einmal so fahren. Und danach dann so. Und dann, ja, da hin. Und dann da hin. Und du fährst da weiter und gehst da hin. Und dich würde ich dann auch nochmal aufteilen. Und der nimmt dann quasi den Rest ein. Mit der Armee hier im Süden nehmen wir das hier alles ein. Die zwei Provinzen, die hier sind dann noch. Die Geschichte nehmen wir dann auch uns noch. Und dann sollte das eigentlich passen. Gut. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle. Oh, hier ist die Moralschlicht. Ich glaube, das ist eine frisch eingenommene. Ja, okay. Das ist eine frisch eingenommene. Ich hatte gerade schon kurz Bedenken. Aber wir werden hier mal natürlich die frisch eingenommenen auch noch ausbauen. Und einfach so viele Festungen wie möglich bauen, um uns da ein bisschen Moral zu geben. Und im Zweifel dann halt auch, ja, die Moral und die Produktion mitzunehmen. Aber wir müssen halt alles ausbauen für die Moral. Sonst kommen wir hier in Schwierigkeiten. Gut. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst euch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.